Hey, Internet und YouTube. Zurück bei Rezi5. Das machst du jedes Mal, wenn wir die Aufnahme starten, oder? Nicht jedes Mal. Nein, erst, seitdem ich es rausgefunden habe. Okay, hier ist ein Koffer und der gehört mir. So sieht es jetzt nämlich aus. Und hier ist eine MP5. Was hast du? Gold. Nee, hast du eine MP5? Äh, nein. Was hast du denn? Du da aufgehoben hast. VZ irgendwas. Ja, super. Welche ist jetzt besser? Ah, ich nehme die jetzt einfach mal. Ich nehme mal mit, was man kriegen kann, oder? Natürlich. Ist da nichts mehr für mich drin? Dokument lesen. Ach, Quatsch. Niemand liest. Schon gar nicht Dokumente. Also sind die alle langweilig, oder? Mit den folgenden Tasten können sie ihren Partner befehlen. Was sind das für Dokumente? Wie sie hier rumliegen. X wären das... Das interessiert mich nicht. Weiter schließen. Warum klicke ich auch drauf? Verdammt. Ich komme noch immer an die... Beim ersten Teil... War super, die Dinge zu lesen. Diese ganzen Tagebucheinträge. Ja, das war wenigstens noch interessant. Wenn ich nicht vergesslich jetzt nicht vor grandios... Ja, das war wenigstens noch interessant. Oder halt der Kratzen oder nur so Jucken. Punkt. Hunger. Punkt. Ja, ja. Das war super. Die Sachen, die du hier liest, die kannst du auch in den Options nachgucken. Let's gooo... Ich kann ja nicht... Jetzt wollte ich springen. Es gibt ja kein Sprengen. Au! Oh, mein Herz. Was ist denn mit dir passiert? Hier war ne... Oh, mein Gott. Wo kam das denn her? Danke für das. Schnell. Was hat dich umgehauen? Ah, hier war ne Sprengfalle. Sehr offensichtlich, aber ich ähm... Ah, Lotus-Zombie. Mit offenen Armen. Wer hat mich hier... Was? Da ist einer mit ner Waffe in Zombien. Seit wann gibt's sowas? Wieso hat der Zombie ne Waffe? Ach, ja. Das sind keine Zombies. Deswegen. Das gibt's doch wohl nicht. Haben die jetzt echt... Was ist ja... Das ist gegen die Regel, wenn jetzt Zombies Waffen tragen dürfen. Das sind keine Zombies. Was denn dann? Ja, das sind die Border-Borre. Ich glaub, die falsche Richtung. Die Fizierte. Das ist sowieso anderes. Es gibt ja keine Zombies. Ach, das ist auch ne Sprengfalle. Ah! Aua! Lass dich doch nicht von jedem Mann, der sagt, der Handling. Das gibt's auch gar nicht. Blub, 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 blub. Ey, Gold nehmen! Ach, verdammt. Das wird doch sowieso geteilt. Hm? Gold. Ja, Vorsicht. Okay. Ja, das ist... Das hast du übersehen? Ja. Wie hast du das denn hinbekommen? Ganz ehrlich. Ja, ich bin gut jetzt. Ich bin einfach raus. Oh, eine Tonne. Ja, super. Opa. Na, großartig. Kein Zufall. Au, wer ist denn hier schon wieder da oben mit so'n blödsinnigen Bogen? Das ist unfair. Ey, das sind echt solche Cheater. Warum hab ich nur 16 Schuss? Und die zusammenreißen hier. Hier geht's ja gar nicht weiter. Auch 13. Da ist ein Sprengfalle da drüben. Mani, mani, mani. Okay, Map. Ich kenn mich wohl. Oh, oh. Was ist denn jetzt schon wieder? Nichts. Achso. Gar nichts. Ähm, wie geht's jetzt hier? Einer, wo bist du? Ah, hier. Folge der Karte. Okay, du gehst zuerst. Du musst die Sache kontrollieren. Okay. Oh, oh, oh. Okay. Das war so klar. Springen? Komm, ich schubf dich runter. Ups. Adui. Adui. Uli, uli. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich hab's vergessen. Tab. Mit dem Messer, Messer. Ne, ich hab's vergessen. E. E. Exakt. Oh, der Hund. Lass los. Fui. Geige. Ich treff den Hund nicht. Na tschu, was? Machst du das absichtlich? Machst du denn mit dem Hund? Oha. Dann packe ich halt die Big Berthe aus. Bei mir ist die jetzt aber auch schon leer. Du solltest das nehmen. Das passt zu dir. Geht mir bestimmt gut. Jetzt hab ich die Munition. War da oben einer? Ja, natürlich. Dann wieder der Hansel mit dem... Fuck. Oh, man. Ich treff Ben. Waaat. Geh ich aber hier rauf? Direkt zu den Verwandlungen. Oh, man. Hau ab. Hol das Stückchen. Oh, oh. Mir geht's nicht gut. Könnt ihr dem bisschen Spray geben, warte? Ne, es geht schon noch. Achso, ich kann's dir auch nicht irgendwie. Oh, schon wieder so ein Köter. Oh, man. Ja, ich krieg jeden blödsinnigen Köter ab. Kann ich mehr schießen? Auch nicht mehr Gold. Ich brauch mehr Munition. Alright, wir haben's doch. Easy, bie. Hast du ein Pflaster? Nur ein kleines? Du links, ganz schön. Ja, vielleicht hast du ein kleines Spray? Gibt's da kleine Sprays? Nein, nein. Ich hab nur zwei normale Sprays. Erst Hilfe. Warte mal. Ich bin ein Sprümer. Sicherheitshalber, bitte. Dich doch selber benutzen, geben. Jetzt hast du's. Kannst du's, glaube ich, selber nehmen. Na! Sag's. Ja, aber wenn du schon daneben stehst, dann haben wir ja beide immer was davon. Das ist doch. Ach so, okay. Ähm. Anflüsten. Danke, jetzt fühle ich mich besser. Ja. Stopp. Na, super. Explosions. Ich kann dir eh nicht schießen. Ich kann dir falsch sein. Vorsicht. Ich mach's doch, ich mach's doch. Gott. Ich stehe mal auf der falschen Seite der Straße. Oh, oh. Denkst dran, dass ich nicht schießen kann, ja. Wie, ich nicht schießen kann? Ich habe keine Munition. Oh mein Gott, du hast keine Munition? Nein. Willst du von hinten was sagen? Ich könnte dir Munition geben. Jetzt ist gerade busy, busy. Ich brauche so viel Munition, die Ding, dann habe ich selber. Oh, das war eine schöne Drehung. Das war eine 9,5, mindestens. Oh. Die Munition ran. Okay, ich habe schon keine mehr. Das ist so. Oh, gute Zeit. Äh, ja. Hast du genug Munition? Das freut mich. Dann nehme ich die. Pass doch. Was deines ist, ist auch mein. Und was meines ist mein. Detailung. Ganz brüderlich, wollte ich sagen. Sind wir verwandt? Jetzt nicht. Ach, klar, und? Gibt doch keine Grenzen heutzutage. Ja, was ist wie vor du sagst. Scheiß auf die Konvention. Wo die Liebe hinfällt. So, machen wir. Gut. Kontrollpunkt. Juhu. Oh, oh. Ah, ja, nein, klar. Ja, vielleicht, wenn ich nicht daneben schieße, geht's jetzt, oder? Wie seh. In den ersten zwei Resident Evil Teilen fand ich die, äh, etwas ekliger, die würden, muss ich sagen. Run, run, run. Okay, Roger. Von Tür zu Tür. Ja, was ist denn? Ich hab doch. Hab doch auch. Gibt mir nicht immer so Befehle. Wie sieht denn das aus? Ja. Ja. Komm her, Hündchen. Ich meine, den Hund einbringt, ja. Ja, ist schon. Mein Gott. Ja, bitte. Ich hab die wieder angesieren. Ah, ja, das war ja so klar. Oh, oh. Oh, ja, okay, okay, okay. I don't like. Na, dann. Ich bin leer. Ja, das hat sich. Ich bin nicht erledigt. Diese Geschichte. Super. Ja, also du machst das schon. Äh. Ah. Ich war gerade in der Lüge. Guter Zeugpunkt. Was ist das jetzt? Das Gold habe ich mir verdient. Eine Handgranate. Oh, ich hab sie. Willst du sie? Okay. Nein. Du hast das letzte Mal gut gemacht, den Granaten. Ich rüste mal die Handgranate aus. Der dort vorne wird sicher gleich aufstehen. Hallo? Tu's nicht. Bleib besser liegen. Glaub uns. Ach. Se. Er muss dann glauben. Töte. Ach nö, schon wieder. Äh. Das fiel ich auch mal schon. Hups. Das kostet viel zu viel Munition. Wieso hast du eigentlich eine Handgranate ausgerüstet? Ja, damit ich irgendwas in der Hand habe. Habe ich jetzt aufgemacht, oder? Okay. Doppelkett. Jetzt wird's dunkel. Wird eklig bestimmt. Alles gut. Keine Panik. Gib mir deinen Kontrollbund. Gib mir, gib's mir. Den Kontrollbund. Den grün ist grau. Wow, wow, wow. Geradeaus. Ah, ja. Hol ich mir doch. Hinter den Tomaten ist eine Granate. Nein! Nichts? Enttäuscht. Ich bin enttäuscht, ja. More Pistol Moon. Very good. Oh, hier ist auch ein Kraut. And I will Combination. Nein, falsch. Ah, immer drück ich falsch. Kombinieren mit... Okay. Perfekt. Komm, machen wir einen Strandspazier. Hier ist wunderhübsch. Hast du diesen romantischen Käse? Glaub mir, es wird bestimmt nicht romantisch. Habt ihr so eine Ahnung? Das ist etwa eine Überraschung, finde ich. Ah, ja, ich weiß schon. Was steht hier? Was? Schrottgewehr Munition. Super. Ich hab keine Schrottgewehr, aber ich hab die Munition. Immer zwischen dem Gemüse und so weiter. Ist irgendwas. Wahnsinn. Ich will das mal verstecken hier. Ja, Pistol Munition. Ah, 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 ah. Das ist ja schon offen, oder? Jo, hier hängt jemand. Hallo. Wir brauchen einen Schlüssel. Also ich bin hier... schon... F untersuchen. Siehst du das? Hast du die Sequenzlicht, wenn ich das klicke? Ich hab auf Untersuchen gedrückt und da hängt ein Schlüssel. Warum nehmen wir den nicht mit? Ja, nehmen. Müssen wir vielleicht wieder teamwork? Nachdem ich die Orangen geschält habe. Oder was auch immer das ist. Ähm. Hast du echt runtergeschossen? Ja. Wenn das Fadenkreuz rot wird, dann schieße ich. Hafenstößen aufgehoben. Ja, das war ja... Ja, wunder... Wundergroß. Hartig. Oh, Mann. Kontrollpunkt. Gibt's noch irgendwas zum... Nee, 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 nee. Stopp, 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 stopp. Ich kann hier nicht pausen. Au. Nein, nein, ich wollte jetzt... Das ist der Konradpunkt. Und ich sage, danke fürs Zusehen. Oh, mein Gott. Sind wir tot? Nein, noch nicht. Doch nicht. Aber gleich. Wir müssen hier raus. Okay, zuerst brauche ich hier ein bisschen Platz, um mich zu verabschieden, okay? Können wir das einrichten? Ja, komm nur hinterher, einfach. Achso. Moment. Mir geht's nicht gut. Zuerst du noch mal nachladen. Na? Was bist du denn eigentlich? Was machst du hier? Oh. Danke, dass du mir das auffällst. Ich gebe das Boot, lass die Leinen los und... Nicht die Verwandlung zu dem. Oh, nö. Nicht jetzt. Ah, geile Umarmung. Oh, 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 oh. Du stirbst? Ja. Wieso machst du sowas? Wieso machst du sowas? Oh, oh, oh. Jetzt riechst du wieder gut. Ich will nicht sterben. Ich hab keine Munition. Ich auch nicht. Okay, das ist ja... Okay, das ist ja... Weniger gut. Oh. Oh. Box-Champion. Munition? Nee, Gold. Hier? Oh, endlich. Okay, warte, 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 ich hab doch die, ich hab eine Handgranate ausrüsten. Für den großen, oder? Für den großen, oder? Schaffst du das jetzt sicher, oder? Easy, oder? Ein Schuss noch. Was war's? Äh. Vermandelt er sich? Äh, nein. Was hat der denn? Ich hab nochmal gesprüht. Schnipp, schnipp. Schnipp, schnipp. Hier liegt die Munition. Munition? Da vorne liegt noch einmal. Gold. Da liegt noch Munition, wo der eine... Ne, boop, 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 boop. Dann hab ich was aufgehoben, keine Ahnung. Warte, schieß. Schöner Salter. Dann nimm die Munition, nimm die Munition. Warte, ja, Moment, ich zertrete zuerst die Köpfe. Die Magen. Hier war ich, ah, hier ist. Alles klar. Alles in der Kontrolle. Oh. Hey, das war doch total einfach. Hier hinten warten noch ein paar Trausen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, danke fürs Zusehen, macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.